Ab die Post und da haben wir... nix. Ich wollte gerade eine Luftbox öffnen, aber da finden wir ja schon wieder was. Achte auf, Gegner, ich versuche dich zu flankieren oder von unten bzw. oben anzugreifen. Okay, wir sind in Angriff. Da spiele ich diese Runde mal als Sombra. Sombra, hey. Heute machst du aber richtig exotische Charaktere hier. Ja, hab sogar ne Goldwaffe für sie. Ja, dann kommt der Level 7 nach, um die Ecke. Kommt schon, hier, hier bitte. 7, 6, 5, 4, ja ich hab ja ne Heifeld. Musst du nur in mein Heifeld dran kommen, wenn das nicht geht. Ah, ich kann ja hier Packs hacken. Ich muss immer auf das Auto hier, äh, Auto, auf das Motorrad stellen, da musst du dich abbeilern lassen hier. Sieht richtig komisch aus, stell ich mal drauf. Ja, ich steh, ich steh, ich steh. Hallo? Alter. Das ist richtig verwirrend irgendwie, ne? Und jetzt schnell ein kleines Versteck. Geil Versteck. Rainer, Rainer. Guck mal, die haben aus, äh, der einen Map haben die hier aus den Spielgeräten die Spielautomaten und diese sind Knollige geklaut. Ja, die, ja. Hast du gesehen? Moment mal, Moment mal. Es ist zu. Ähm. Dann kommen wir jetzt wieder raus. Ach, hier ist, hier ist glaube ich ein Schalter. Oder, warte. Da, hier ist einer. Ah, okay, gut, das hat das Rätsel gelöst. Ich wollte schon sagen, hä? Das ist ziemlich seltsam gewesen sein. Okay, ich renne erstmal unsichtbar raus und versuch mal ein bisschen zu erkundigen. Ich renne einfach sichtbar raus. Ja, und bedauern. Ich habe einen McRae gewollten. Ja, bitte hol ihn. Habe ihn. Alter, wie schlecht er ist. Er hat eine halbe Stunde gebraucht, um meinen Kopf zu finden. Oh, ich bin genau ins Gift gelaufen. Oh, ich laufe aber grad schon wieder hier blind raus. Ab den Genji. Wo sind die Zeit, weil ich sehe keine Zeit. Ne, das ist meistens McCree von der Seite. Oder? Eigentlich hatte ich jetzt so zwei gute Runden. Ich wette, jetzt kommt wieder so eine richtige... Ah, verdammt, mein Melee ging nicht mehr durch. Hallo. Er hat nur ein Hit ausgehalten. Okay, vorsichtig, die wird ausseitend auf dich. Ich versuch's hier auszuschalten. Ja, ja, ich seh, 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 ich seh. Ne Gegner, ich seh, ich seh, ich seh, ich seh, ich seh. Ne Gegner, ich seh, 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 ich seh. Von dir. Ja, die Junker hat mir das Leben gerettet. Oh, danke. Ja, gut. Ja, es war eine etwas verschwendete EMP zugegeben. Ja, du hast nur den McQueen, meine ich, getroffen. Ja, der war schon low. Den habe ich schon, meine ich, ein bisschen angewollert. Nein, boomfest. Chassis. Jedes Mal holt er mich. Okay. Wurde er auch irgendwie gebufft oder so? Das, äh, du bist, nein, da wurde genervt. Da wurde genervt. Ähm. Und das verwirrt mich gerade. Die waren alle oben. Die waren alle oben. Drei Gegner low. Und ich habe keinen getötet. Das gibt's doch nicht. Die waren alle da oben. Ich hab mich so richtig gewundert, wo die alle sind. Dann standen die alle oben. Dreckige Streifeile. Glaubt er, der trifft mich damit. Oh, nein. Das war immer wieder seine Ultimein. Ich denke, der trifft irgendwas. Ja, ich hab's geschafft, so. Ja, ein Headshot. Eigentlich müsste ich, äh, Dings holen hier. Torpion. Weil der hat ja auch einen Hammer. Pitbull. Feuerschmied, weißt du? Hammer. Schmied. Ja. Aua. Jawohl. Wollte mich richtig, aber. Ah, er hat ihn gerestet. Scheiße. Ja. Er kommt schon, Hodi, Hodi, Tracer. Ah, verdammt. Ja, ich hab... Sehr gut. Mann, das war der längste Kampf meines Lebens. So, ein bisschen heilen und ab der Post. Komm her, McCree, komm her, komm her. Aua, 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 Doomfist. Oh, nee, also, hab ich die jetzt so geraced, ich hab die Ulti. Ich hab gedacht, da kommen noch welche. Oh, Mann, ich hab meine Ulti für McCree dich verkackt. Die haben jetzt auch ne Sondra, Vorsicht. Meine Hüte. Willkommen, mein Junkbatteron. Nein, er will mich, er will mich, er will mich, er will mich, er will mich. Er gibt mich aber nicht. Wow, was haben die denn da? Ah, die haben die Tracer. Ne, ist kein Tracer, oder? Doch, ne? Ist der Tracer, ist der Tracer. Ah, ich probier die einfach zu boxen. Treffen tue ich so oder so nicht. Oh, ich hab Rüstung, das ist ganz cool. Ah, okay, das Geschirr hat sie erwischt. War nicht schaffes gehackt zu sein. Kann man dir irgendwas helfen? Mit irgendwelchen McCrees? Ah, warte, ich versuch da jetzt mal kurz hochzukommen. Hacken, und dann... Wo steht sie? Da? Da? Am Himmel ist ne, ähm, Farrah. Gehackte Farrah. Und scheiße, ich muss mal kurz hier weg. Wer sie gehackt, ist sie ja eigentlich nicht mehr lange am Himmel. Als ob er da steht. Nein, die Farrah! Ah, Mann, so knapp. So knapp, so knapp, so knapp. Ja, da machen wir ja so ein Farrah-Duell offiziell. Jawoll, erster Kiel habe ich. Sehr gut. Sehr schön. Sehr schön. Alter. Ah, ich bin nie Farrah. Spiel nie Farrah. Ja, hol ich mir, hol ich mir, hol ich mir, oder? Jawoll, hab ich. Alter, gib mir Farrah schon ab. Ich hab noch nie Farrah in meinem Leben gespielt. Weißt nie, was mich hier treffen. Nein, nein, hinter mir. Oh, ich bräuchte die Idee. Noch geht es. Ja, okay, gut, dann brauchen wir das Pack nicht mehr. Ich versuche mal ein Pack, was weiter vorne ist. Alter, ich treffe nix. Farrah-Duell. 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 Jawoll, Farrah ist schon tot. So, nochmal ein bisschen hochrußen. Alter. Jawoll. Kill. Noch ein Kill. Was? Ah, der Hanso. Vorsicht, da ist der Hanso. Wo? Wo? Beim Tor. Da, hinterm Auto irgendwo. Sieh'n ja einfach gar nicht. Da müsste unter dir sein. Unter mir? Ja. Jawoll, hab beide. Sehr gut. Wo ist die Messi? Da, da. Ich treff' nicht. Ich treffe ihn nicht. Ja, was will der Topion gegen mich machen? Jawoll, hab ich. Jawoll, hab ich. Wo? Habe ich. Sehr gut gemacht. 10er Killz, wie du nicht brenn. Was? Alter, ich hab doch nie in meinem Leben Pharah gespielt. Warum eigentlich nicht? Keine Ahnung. Vielleicht, weil ich mit der Absolut nix treffe. Alter, die Pharah von denen ist so low. Ah, da Hanso von hinten. Das gibt's doch nicht. Hab noch einen. Ich hab' mein Ulti. Nein, 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 nein. Schlippig. Jawoll. Okay, ich versuche da gleich da zum Thron der Queen zu rennen und dann mal zu ulten. Nein, bin betäubt, bin betäubt. Alter, ich will mein Ulti einsetzen. So, mal gucken, was kriegen wir dann da raus. Dann ärgere ich dich mal ein bisschen. Ah, ich hab' nur einiger. Aber ich kann schon wieder. Nein, nein, nein. Jetzt werde ich sterben. Ja, bin tot. 12er Killz, wie? Ja, Moin. Ah, Demi Krieg war hinter uns. Oh nein, das hab' ich nicht gesehen. Ich hab' mich einfach selbst umgebracht. Kommt, der muss doch nur irgendwann an die Pracht rennen. Los, los, los. Ja, ja, ich komm, ich komm, ich komm, ich bin ja schnell. Ja, ich bin hinter dir. Da war's ja gar nicht gemeint. Da vorne sind aber noch ein paar von unseren Leuten. Ja, ja, da muss ich mal ein bisschen was machen. Wir machen hier grad alles. Ja, ich komm' mit anschieden. Kein Ding. Einfach ein bisschen reinböllern, ein bisschen ärgern. Nein, er hat mich getroffen in der Luft. Wo ist ein Medi-Packett? Ich kenn' die Map nicht. Da unten bei mir ist ein Medi-Packett. Ah, scheiße. Ah, immer an dieser Stelle, ne? Da tun wir immer so ein bisschen struggle. Oh, der ist zugeholt. Der ist zugeholt. Der ist zugeholt. Aber der Hanso hat mich in der Luft getroffen. Ey, was soll denn das? Weißt du, ich werde gekombot jetzt schon von den Fähigkeiten der Gegner. Erstmal das dann in die Fresse und dann ein Pfeil in den Kopf. Ja, der Hanso trifft gut, der hat mich in der Luft getroffen. Der Hanso trifft wirklich gut. Zumindest weiß ich das, weil ich bis jetzt noch nicht so oft mit Streufern gekillt wurde, wenn er mich gekillt hat. Was schon mal in die Staffel ist, dass er auch so trifft. Ah, scheiße, du bist. Nein, 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 nein. Ich hab' zwei, ich hab' zwei, ich hab' die Dufels und den, äh, den Bestchen. Komm, jetzt durch, 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 durch. Ja, leider war ich schon tot. Fuck, fuck, fuck. Ja, ich werde immer in der Luft, ich hab' meine Ulti. So, jetzt. Fist mal der ganzen Team. Ja, warte, 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 kurz, warte, kurz, bevor du sie einsetzt, ich tue rein unten. Du musst, du ein bisschen ablenken. So, ich geh' rein. Ich bin noch nicht da, ich bin noch nicht da. Jetzt bin ich da, jetzt bin ich da. Ich mach, ich mach, ich mach, ich zündig, zündig. Sehr geil, sehr geil, sehr geil, sehr geil. Ich hab' einen, ich hab' ein paar, ich hab' ein paar. Da ist noch eine Widow, bei denen rechts. Komm, cheat durch, cheat durch, bitte, bitte, bitte. Cheap einfach durch. Ja, Mann, als auch. Nice, das war so genial. Das wirklich funktioniert hat. Entschuldigung. Ich hab' noch nie mal in dem Thera gespielt. Weiß ich auch nicht. Komm, jetzt Play of the Game von hier, komm. Nee, natürlich der Doomfist. Komm, wir müssen doch in dieser Runde doch einmal ein Play of the Game schaffen, einer von uns beiden muss es doch hinkriegen. Hä, Alter, das war mit, glaub ich, einer der besten Hunden, die ich gefühlt in meinem Leben gemacht hab. Ja, da hat er mich noch wieder gewollt. Du kriegst ein Like. Danke. 2, hey. So, jetzt kommt die letzte Runde. Du hast fast die Hälfte der Assist gemacht. Aber mit Sombra trifft man echt viel. Auf jeden Fall. Alter, 24-7. Nee, 24-8. Alter, Lucky Reckons will unser Krupper beitreten. Ja, nee, wir bleiben hier einfach in der Runde. Dann ist er auch bei uns immer noch. So, ich hoffe, jetzt kommt noch mal eine Runde Verteidigung. Das wär' super abgefeilternd. Dann ne Lootbox. Ja, ne Lootbox. Ja, ne Lootbox eigentlich. Guck mal. Ja, was schön ist. Ich mach sie auf. Und... Oh, ein Macekin. Einen orangenen Macekin. Khaki. Und ein Spray. Und noch ne Lootbox. Und Spruch. Einen schönen Tag noch. Für Junkrat. Ja, ich hab nur Sprays bekommen und Icons gerade. Ich nehm' diese Runde Reaper. Ich werd' zwar nix mit Topia und Treffen, aber ich probier' den einfach mal. Also, wenn du mit Topia nichts triffst, wär' das schon ziemlich traurig. Ja, also ich mein' mit dem seine Waffe, das Geschützt trifft ja von selber. Ja, okay, gut. Das ist dann wieder was anderes. Aber seine Schraube ist ziemlich stark. Ja. Aber die normale Kugel ist auch mega stark, wenn du Hitschottest. Mhm. Alter, ich fühl' mich so klein. Jedes Mal, wenn ich die spiele. Das hat Blizzard gut gemacht. Man denkt's auch, man wär' klein. Ist halt nicht so. Warte, komm mal her. Alter, ich komm her. Jetzt gucken wir mal, ob mein Nachladen leuchtet. Da ist ja auch so ne Kugel. Oh ja, das soll ich wirklich. Ja. Meine Augen gehen ja nach der Zeit ja aus. Wenn ich so leuchten sie noch kurz und dann geht sie aus. Guck mal, ich kann sogar ne Deckenlampe machen für uns. Ahaha. Jetzt ab, raus mit uns. Ich stell' mal meinen Geschütz hier hin. Wow. Wow. So, da wird dann jetzt alle treffen, ich sag' dir. Also, die haben auf jeden Fall ne Mercy. Rechts oben auf dem Dach. Und ne Risa oder ne Dima. Euten Genji. Nein, mein Geschütz. Nein. Mein Mann. Nein, Mann. Nein. Halte mich. Halte mich. Halte mich. Soooohann. Schwächen 9 Shine. So. Ich hab' ich hab' ein bisschen schön wenn du willst. Ich muss erst mal zum Bierpack und dann versuche ich die Risa zu kriegen. Ja, okay, gut. dass sie es auch schon dauernd im crew macht einen guten job auf jeden fall ja warte ich stelle jetzt mein geschütz probiere ich auf den wagen zu stellen ja das ist auf jeden fall schlauch so na komm 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 ja so ah nein die haben eine farra stufe zwei so und jetzt ab die post komm mach was für der geld nein das ist schon wieder kaputt über sucht die man von hinten aufzuschalten sich einfach ein schlechtes stelle einfach hin und bin nur nervig ein verständnis sein ah das schild das schilder mann weil sie da kommt die wahl zur fracht ja nicht stelle ich habe sie auch ein bisschen und anderen nein 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 auch mal und wieder aufbauen mach was für den geld da da bin ich ja nichts gemacht aber nur kürzlich willst du schön ich habe ich ganz entschuldige verteilt nicht kommen ja ja da hatte hier danke ihr könnt euch nicht schön ich habe mega viel ich versuche mal hinten ran da ein bisschen zu machen einfach ein bisschen nervig sein ein bisschen nervig sein nein nein natürlich nicht so an der wahl noch die duck ok die old fahrer so scheiße von mir dann muss ich damit jeder weiß machen ja ich habe sie komplett gewätzt muss ich gleich wieder gut machen irgendwie ja ich bin bei 90 prozent der schichtlichen geschützt auf und dann ab ich hatte Lisa so sehr ja mega schlimm und es wird ja richtig feinlich mit der olden erweist sich nimmt zum ersten mal hier wieder auf seit so langer zeit und was denken die leute von mir dass ich halt lieber bin was gar nicht sein ich habe ich habe einen ulti aber auch mein gott hat hat gar nichts mit Tobias idioter und das ist so scheiße wer hat sich die ulti ausgedacht keine ahnung wir müssen reichen wieder boxen wahrscheinlich jack from the overwatch team wenn du das hörst du wirst geboxt okay hab die Risa weil drauf da danke dafür gut ist dann nicht auch meine ulti komplett gewaset aber komplett ja ich habe es euch ein bisschen ermöglicht hier zu pushen waaah der tank wird nein 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 ja ach du heiliger scheiße was haben sie gemacht die die war gemacht die sie hat nämlich jetzt ich hab noch nie bestens gespielt der soll ganz gut sein ja aber nur hingestellt nur so ja kommt drauf an du bist ja mit zwei schützen mich gut und mit fahrrad ruster auch also wirst du auch um aus hauptmord aus etwas treffen können also nein schnell weg kann ich mich selber ein bisschen die dumme Kuh was will die von mir so ich hab deine Risa ich hatte richtig abgefuckt sehr gut guck mal in den Killchat hier sieht doch richtig gut aus was gibt's so ok gut ich weiß nicht was los ist aber irgendwie sollte ich aufhören zu holten in dieser runde ich habe so ein schlechtes gefühl dabei nein nein ja ja okay scheinbar 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 zu das waren jetzt auch zwei nicht dumme situation von mir ich muss auch nicht wirklich wenn ich mich dahinter die baut ja das war doch richtig dumm weil der wiese trifft ja mich an dem spot so gut ich ihn aber nicht ja okay auch kann ich jetzt auch kein kleines highpack auf janka town gesehen gibt es keine ich weiß nicht wie gesagt ich habe auch ein schon nie auf der web gespielt ich glaube wenn das gleich sobald ich meine ulti habe danach wächst noch mal zu fara vielleicht bringt das was naja gerade die runde auch nicht schlecht so jetzt habe ich den fara mal wo bist du eigentlich unterwegs ja ich war ja unten bei der bar gerade aber da hast du mir hinterher gesprungen aber man wie ist das so scheiße sie steht ganz hat nur hinter ihrem schild ja logisch hat er dort eigentlich tun und die runde ich glaube ich wechse lieber er hat einfach aufhören sollen das waren so gute runden ja auf jeden fall aber die runde beenden wir auf jeden fall noch und dann verabschieden wir uns wirklich nein ist das ist das ein ernst sie hat nichts mit dem kampf zu verlaufen ich einmal in die bergte dreht sich um gibt mir die direkte granate ins gesicht die rakete ja so nice für mich hat jetzt nicht aber nein ich wurde gerade gerät nein wir haben nicht bemerkt wir haben nicht so was und bewerfen sein und bin ja nicht habe ich meinen soll ich heute alles wahrscheinlich okay sie haben mich zwar bemerkt aber auf einmal ignorieren sie mich komplett ja du bist auf einmal uninteressant ja gut ich bin auch keine gefahr weil anscheinend treffe ich gar nichts mehr zum glück sieht man nicht teilweise nicht meine sicht ist wenn die zuschauer ja ich glaube bei mir sind sie auch schon etwas zufrieden genug ach gott da war die old hat es gar nicht gesehen und dann spielspieler sobald ich nochmal sterbe kannst du gerne machen ich fühle mich gerade echt nicht mehr bereit ich noch mal zu nehmen hab grad ein bisschen Angst mich da und noch mal zu planieren ah ja stimmt das ist immer das schöne wenn man selber aufnimmt das heißt es hätte hier kein Problem eine schlechte Runde mit Viper zu haben aber wenn man aufnimmt ist das ein bisschen was anderes vor allem wenn man aber so ein Preis die Art Charaktere die ich immer spiele genau dann kommt dann mit den grüßen ja ich möchte ich mal irgendwo heiligen jahre aber ich habe keinen Bock wieder bis dahin mit zu laufen so jahre mit der kleinen 1 ab machen das gibt es nicht lange oh mein gott das habe ich gerade nicht getroffen ich habe gerade ein solcher beim weglaufen einfach getroffen mit so einer rakete ja alter junk wird jetzt seine ulti einer wird direkt von sechs leuten zerbombt hab die farra noch bekommen ja habe ich gesehen scheiß orisa wieder nach vorne am schwimmen die hol ich mir jetzt die hol ich mir jetzt die hol ich mir jetzt doch nicht doch nicht doch nicht kann ich sie nicht da wegschubsen ich wollte ein bisschen mit dem Traum ok den Lucio habe ich fein bekommen obwohl es mehr random als Skill war Prozent von Boden ok und wieder aufgezählt war fragt mich bitte nicht aber er gewonnen ich hab ich ja ich hab die Runde ich hab mich selbst herumgebracht ich hab die Runde nichts gerissen aber gar nichts ich stehe ich auch nicht natürlich nicht mehr und die Bräder ja weil es auch ein schickes Heiler hier guck mal die war du denkst du so zu mir er hat ich hab dich daran gehört ja stimmt das war die Sicht aber der vierfach können nicht mehr in den Hexen mit der Treppe schade Kärle aber ja dann will ich sagen das war an sich gar nicht mal so schlecht was wir geleistet haben aber gleich kriegen wir das nächste Mal besser hin es gibt auf jeden Fall nächstes Mal den ja auch wenn es gut ankommt dann auf jeden Fall da mache ich mich keine Sorgen ja ok gut dann verabschiede ich mich jetzt vielen Dank dass du dabei warst Philipp kein Ding und wir sagen Tschüss Tschüss das ist Das ist das ist das ist das ist wie ein